Ich glaube, wir gehen jetzt mal zum Bahnhof hier. Ich glaube, da fahren wir sowieso jetzt hin. Da ist auch die Staub-Trockengust. Und ich glaube, dafür brauchen wir natürlich Bombette. So, ich gehe schon mal los. Oh, ich habe ihn zerstört. So, gibt es noch was zu reden? Hallo, für Triumph. Vielen Dank, Mario. Der Zug kann jetzt wieder fahren. Bitte einsteigen. Der Zug fährt zum Klippenberg. Kommst du auch mit, Mario? Na klar. Der Zug fährt gleich ab. Du solltest schnell einsteigen. Was zum... Mann, das ist extra ein Luxuszug. Ganz billig, aus Papier. In der letzten Herrschaften, wir fahren zum Klippenberg. Juhu. Nächster Halt, Klippenberg. Okay, da werden wir unser nächstes Abenteuer haben. Wenn 128 Google grabst, Nächster Halt, Kmifl xenhen. Wir rиц rad HAISTEN. Närst du Theater heard vonses Hall uроери급? Das ist ekonomisch. ... Die Opa Zöger rconsatmatch. Die Opa Zöger rutsял. wicked wöne durch das Gemini. 20 kur 16. Kapitel 2 Wiederwind der Wüste So, wir kommen am Endbahnhof an, wie es aussieht Klippenberg, Klippenberg Passagiere in Richtung Stofftrockenwüste oder Stofftrockener Vorposten werden gebeten, von dieser Haltestelle aus den Klippenberg zu verqueren Alles klar, danke, kleines Oh, wir haben vergessen, unsere HP zu füllen Ist ja eigentlich jetzt auch voll egal Da oben muss sowieso jetzt, glaube ich, so ein Vlog sein Münze Wie schon gesagt, Mario ist geldgierig Er wird immer Münzen wollen Warte mal, war es nicht Luigi? Ich glaube, das war Luigi Mario mag doch Eier Stimmt Da funkt irgendwie Skype dazwischen gerade Ich glaube, ich unterbreche mal kurz und mache das mal kurz aus So, weiter geht's, ich habe Skype ausgeschaltet Oh, nein, verfixt Wo kann er nur sein? Ich glaube, es hat die andere Stimme in dem Moment Oh, Verzeihung, Leute Ich bitte nicht jemals um Verzeihung Ich war auf der Suche nach etwas Und habe nicht aufgepasst, wo ich hinfliege Moment mal Bist du nie Mario? Doch, du bist es, du bist es Der Mario, ich küsse dich Mein Name ist Parakamely Ich bin ein Briefträger Oh mein Gott Normalerweise bin ich die Zuverlässigkeit in Person Aber momentan habe ich ein Problem wegen eines verlorenen Briefes Ich muss ihn irgendwo auf dem Krippenberg verloren haben Und jetzt kann ich ihn nicht mehr finden Wolltet ihr hier irgendwo über einen Brief stolpern Sagt mir doch Bescheid, bitte Mein Job steht auf dem Spiel Inzwischen werde ich hier weiter suchen Es erwartete von uns, dass wir einen Brief für ihn suchen Also, den würde ich nicht in meiner Party haben Ähm, da kann man auch spät Au Das ist jetzt ein neuer Gegner Ein Monty Maulwurf, glaube ich heißen die so Die kann man schön zerstören Mit einem Ulti-Sprung Und einen Panzerstoß Und gleich ein Kill Seht ihr? So, dann machen wir noch meinen Sprung hier Und dann Bam, weg Und keine Angst, dass da unten ist ein Schwarz Aber nicht, was ihr denkt da an dem Tier Also nichts falsch zu denken Also, ähm, ja Ich meinte jetzt eigentlich den Ähm, egal, vergessen wir es einfach Ähm, Schäfchen Was werfen wir weg? Ich glaube, ich weiß, was wir wegschmeißen Wir schmeißen den weg Mit unserem wertvollen Schäfchen Wack, wack Ich bin Wacka Ein weiterer Postkarten Schöner Tag Auf dem Klippenberg Wuhu Der Sonnenschein Die frische Luft Alles ist so schön Wacka, wacka Dieses Vieh ist richtig nett Wenn man ihn haut Gibt es einen Wacka-Keks Wackau Schlag mich nicht Diese Kekse sind relativ gut Sie sind eine der besten Gute, die es gibt Dafür schmeißen wir noch so ein Schäfchen weg Die brauchen wir sowieso nicht Warte mal, ich glaube, die brauchen wir sowieso Dann schmeißen wir was anderes weg Furchtziegel Näh, warte, 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 warte Wir schmeißen Den Furchtziegel weg Der ist sowieso eine Kacke So, jetzt hat er das mal aufs Morde gekriegt Ähm Ich glaube, wir geben dir nochmal einen Multi-Sprung Oh, das war Ich hab Ja, fail Fail Ich hab verfehlt Ja, jetzt wirft Der wirft gerne Steine Fernkampf Ob er auf der daneben mal trifft Weiß ich nicht Naja, wir werden ja mal stärker pro Gegner Äh, ich bin ein Maulwurf Ich hab mich verfehlt letztes Mal beim Multi-Sprung Deswegen kann ich jetzt länger leben So, er ist auch tot jetzt Gott sei Dank Damit ist Mario gerettet Und sein Kumpel auch Yeah Oh, Bonus So Was ich auch in letzter Zeit gut finde Äh, YouTube Macht jetzt die Downloads Äh, die abgebrochene Downloads Macht er weiter Macht jetzt YouTube weiter Das find ich relativ gut Weil Ähm Ich hab ja mal das Problem gehabt Oh nein, so groß Oh nee, zwei Tage Dann kann ich's nicht aufnehmen Weil ich mein Computer auch mal ausmachen muss Und das Internet immer abends abgeschaltet wird Jetzt ist dieses Problem sozusagen erledigt Ich find das relativ gut Ich hab eine gute Idee von YouTube Haben die auch gut gemacht So, jetzt gibt's erstmal Power Shows Ich hab immer das Gefühl Als ob diese Maulwürfe eine Brille tragen Tragen die überhaupt eine Brille? Ich mein, tragen die eine Brille da? Die Maulwürfe? Naja, ist ja auch egal Hört mal auf mich mit mir Stein zu bewerfen Ich mag das nicht Ähm Ein Brief erwartet ihr Aber wo ist denn der Brief? Nee, auf dich hab ich jetzt keinen Bock Da müssen wir einen Den P verschwenden Oh, halt Da wollte ich nicht nach Äh Verfehlt Fail Oh, diese Tiere sind eigentlich relativ dumm Diese Steine Wenn ich da drüber bin Und Lärm mache Wachen die auf Und Okay Ich hab nicht Ich bin fail Ja, okay Ist schon gut Ich glaub Den kämpfen wir uns einfach Mal Ähm Ich glaub man muss jetzt ja Wo wegbauen Was sind diese Hammer Dings da Ach halt Jetzt war der Power Da Ja Ähm Man braucht einen relativ starken Hammer Dafür Diese Gegner Guck Da sieht man Weil die aus harten Brocken sind Ich glaub Ich glaub Nach dem Kampf Essen wir auch mal was Aber Die gehen auch Relativ leicht Auch wieder Weg Dafür haben sie halt Gute Verteidigung Gute Verteidigung Sag ich mal Weg ist er Nein Das krieg erst mal Auf die Fresse Mario Ich glaub das machen wir einfach mal Erfrischung Nur mal so Weil Das Halt Sowieso kaum verwendet wird Jetzt Moment Bäm Neuer Leben Astralen Ist er jetzt weg? Jawoll Maulwurf ist tot Mit den kleinen Jawoll Ähm Dann gehen wir mal Weiter Es muss der richtige Wichs Ey Da sind Sternenspücher Ja Warte mal Kann man den so kriegen So Aber ich will Äh Jetzt müssen wir mal Wieder runter Äh Das gibt's Zock Mario Ist alles klar? Geht doch voll krass Lauf doch mal Voll schnell Du schaffst es noch Es ist noch Steil Uden kriegst du den Berg nicht Du kriegst es nicht hoch Du schaffst es nicht Auf den Berg hinauf Oh Yo Wir haben es geschafft Jetzt müssen wir dann immer runterrutschen Oh Das ist eigentlich geil Dass man auf die Fresse fliegt Und da ist auch dieser Brief Und da ist auch dieser Brief den wir brauchen Ähm Kuhu Ah Mist Ähm Dickkopf Ich hab jetzt im Moment keine Lust zu kämpfen Die Flie einfach mal Dieser Controller Der geht richtig leicht Zu bedienen Ähm Ich hab noch ein paar beklagen Wenn man jetzt zum Beispiel Die Mitte treffen soll Na Ähm Okay es ist mal ein guter Zeitpunkt Was zu fressen Na Wie ja da geht's in die andere Richtung Geht das sowieso Ähm Ja Gut dann können wir jetzt mal was fressen Ähm Wir fressen mal den Pilz hier Den fressen wir sowieso kaum Hallo Achso stimmt Ich mach's immer so Aber es geht Nein andersrum Das geht trotzdem immer so Oh Ich fresse Pilze Wuh Ähm Ich dachte er ist eigentlich immer mehr gerne Spaghetti als Pilze Muss auch ausgerechnet jetzt da draus springen Nee Ich möchte mal so schnell drücken wie möglich Oh Spaß Na gut das ist mit dem Zeigefinger irgendwie nicht schneller Ich sollte vielleicht lieber den Daumen nehmen Der ist garantiert schneller Ähm Ist da was? Tatsache Ist da ein Orden? Oh ja da muss was sein In Orden bitte 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 Orden 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 Was tut man für den Ausweichern? Ich möchte mal kurz gucken was das ist Ich hoffe der ist besser als Tummel X oder so Den wir grad aktiviert haben By Jerome My Smart g Sh vida Bis zum nächsten Mal.